Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Assassin's Creed Teil 1 und die Grafik finde ich nicht so schlecht, Freunde, wie das immer hier gemacht wird und von der Story und vom Gameplay her ist es bisher auch mehr als akzeptabel. Von daher würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Ziel. Mal ein bisschen hier mit Tempo. Ich habe doch keine Zeit zu verlieren. 168, wir kommen gerade ein bisschen weiter weg. Was ist jetzt eine Burg? Wovor flieht er nur? Vor niemandem. Ich habe es nur eilig. Er scheint in Eile zu sein. Ja! Endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beallt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Er hat gesagt... Nein, er hat gesagt, ich will mich beeilen. Welche Ehren. Der Meister erwartet euch. Wo ist er denn? Jetzt auf einmal wieder 10 Schritte? Das hier ist er nicht. Ist er das da vorne? Meister? Nicht Meister. Hä? 4, 3. Kein Meister. Ist der vielleicht oben? Ah. Alter, ihr Meister. Tretet vor. Erzählt mir von der Mission. Verkackt. Ich vertaue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben! Definitiv! Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier! Nehmt es! Was? Obwohl es scheint, als wäre ich mit mir als nur ihrem Schatz zurück. Im Leben ist das kein Gute. Robert de Sartre belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht ihr den Kampf. Nun gut. Ich werde ihn nicht abweisen. Geht. Sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, alter ihr. Unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule fort zu aktuellerem Gedächtnis abschnitten. Oha. Der erste Kampf. Dort kann ja was werden. Schnell, wir haben es eilig. Ab ins Dorf. Alter, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenk die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort fest sitzen. Wie ihr wünscht. Waffen, Steuerkreuz, Versteckte Klingel, Wurfmesser, Schwert. Wählen sie ihr Schwert. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, hallo? Ich kann gerade nichts machen. Kampfmodus. Kinken sie LT. Mhm, mhm, mhm. Bam, 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 bam. So geht das Kollege. Lass die unschuldigen in Ruhe! Boah, zwei Mann, Alter! Boah, ich drück doch immer RT. Alter, gegen zwei ist das unfair. Alter! Uh oh! Alter! 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 Das war's für heute. du hä? lass mich erst mal neu sortieren Kollege nein so alter warum hat der jetzt nichts gemacht? Junge, Junge, Junge Angriff abbrechen, zurück nach Masjab Befehl von Al-Mualim Spule vor, zu aktuelleren Gedächtnis abschnitten Ei, 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 ei Und wie das weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Freunde Alter Schwede, was ein Kampf Als Anfänger hier so in das Kampfsystem reingeworfen zu werden Erster Kampf nicht ohne Probleme überstanden Aber wir haben es überstanden Und das ist das, was zählt Ich hoffe, dann mit der Zeit so ein bisschen besser in das Kampfsystem zu kommen Ich glaube, das wird mir auch gelingen Das ist ganz normal, dass man am Anfang so seine Probleme hat Und ja, eine Folge machen wir noch Und dann schauen wir mal, wie es euch gefällt Und ja, ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge Bis dann, ciao, euer HealFuckD Bis dann, ciao, euer Heal Bis dann, ciao, euer Heal Bis dann, ciao, euer Heal Untertitelung des ZDF, 2020